Ehrenmorde und Kopftuchverbot, die kurdische Frage und häusliche Gewalt. Die Frauenbewegung in der Türkei, die kennt viele Themen und setzt sich auch auf vielen Gebieten ein. Und heute wollen wir uns diese Bewegung mal genauer anschauen. Der Beginn der modernen Frauenbewegung in der Türkei, der liegt etwa auch da, wo die moderne Türkei selbst angefangen hat. Nämlich in den 1920er Jahren und bei Atatürk. Der ist nämlich der Gründer der modernen Republik Türkei und gilt auch heute noch als Vater der Türken. Das ist so der Name Atatürk, er ist so der Übervater und fast schon eine mythische Überfigur im türkischen Selbstverständnis und in der Identifikation des türkischen Staates. Und der hat sich besonders für ein Ziel eingesetzt, nämlich die Türkei zu einem modernen und westlich orientierten Staat zu machen. Und um dieses Ziel zu erreichen, führte er in den 1920ern verschiedene Reformen durch, die die türkische Gesellschaft, das ganze Land, so dermaßen umgekrempelt haben, wie man es sich nicht vorstellen konnte. Er hat den islamischen Einfluss, den traditionellen islamischen Einfluss, stark zurückgedrängt und hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Scharia als Grundlage des Rechts, dass die abgelöst wurde durch ein modernes, westlich orientiertes Zivilstrafrecht, das in diesem Fall konkret am Schweizer Zivilstrafrecht orientiert war. Eine Folge davon war, dass es nicht mehr nur religiöse Ehen gab, sondern dass die Zivilehe, also die nicht religiös geschlossene Ehe, dass die das Maß der Dinge wurde, wenn es um Eheschließungen ging. Außerdem führte Atatürk die allgemeine Schulpflicht ein, und zwar für Männer und für Frauen, beziehungsweise für Jungs und Mädchen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt für die Gleichberechtigung, für die Gleichstellung der Frau und für den Kampf für Frauenrechte, nämlich Bildung. Bildung, Schulbildung, universitäre Bildung später, das ist wirklich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das kann man auch mit Daten gut darlegen. Bildung ist wirklich der Schlüssel. Bildung gibt dem Menschen die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen und die eigene Stellung und die eigenen Rechte in der Welt zu erkennen und gibt ihm auch die Möglichkeit und die Mittel dafür zu kämpfen. Und deswegen ist Schulbildung für Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt der Schlüssel für Gleichberechtigung und letztendlich für eine moderne und für eine gerechte Gesellschaft. Es ist kein Wunder, dass solche Gruppen wie die Taliban, dass die Angst davor haben, dass Mädchen Bildung bekommen. Denn wer Bildung bekommt, der weiß um seine Rechte und der schafft es auch dafür zu kämpfen. Und deswegen ist das ein ganz zentraler Punkt 1924 in der modernen Türkei, dass Mädchen das Anrecht auf Schulbildung bekommen. 1930 werden Frauen zum ersten Mal zu den Kommunalwahlen zugelassen und auf Anhieb bekommt eine Frau zum ersten Mal in der türkischen Geschichte den Posten einer Bürgermeisterin. Ihr Name war Sadiye Ardahan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Tut mir leid, wenn es nicht richtig war. Aber auf jeden Fall wurde Frau Ardahan Bürgermeisterin in einer türkischen Stadt, bevor irgendeine deutsche Stadt eine Bürgermeisterin hatte. Zumindest soweit ich weiß. Die frühsten Beispiele für eine Bürgermeisterin in Deutschland, die habe ich erst nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik gefunden. Also wenn ihr irgendwelche Beispiele kennt von Bürgermeisterinnen in Deutschland vor 1930, dann lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Aber soweit ich weiß, hatte die Türkei Bürgermeisterinnen, bevor Deutschland sie hatte. Und vier Jahre später bekamen Frauen dann auch auf nationaler Ebene das Wahlrecht. Und zwar das Aktive wie auch das Passive. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie nicht nur wählen durften, sie durften sich auch aufstellen und durften gewählt werden. Und das führte dazu, dass das türkische Parlament, das 1935 dann zusammenkam, dass das zum ersten Mal auch Frauen beinhaltete. Und zwar knapp 5% der Abgeordneten. Das ist nicht viel. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, bis 1999 waren es auch nie mehr als diese fast 5% Frauen im Parlament. Aber das muss man relativ sehen zur Zeit. Wie gesagt, 1934 durften Frauen in der Türkei ins Parlament gewählt werden. Das war vor Frankreich, da kam das erst 1944. Das war vor Italien, da kam es 1949. Und vor allem, das kam vor der Schweiz. Denn die haben dasselbe erst fast 40 Jahre später eingeführt, nämlich erst in den frühen 70ern. Also, in der Türkei saßen Frauen im Parlament, Jahrzehnte bevor es in der Schweiz möglich war. Heute sitzen übrigens 104 Frauen im türkischen Parlament von 600 Abgeordneten. Das macht eine Quote von 17% und das ist der höchste Anteil an Frauen, die jemals in einem türkischen Parlament saßen. Im Vergleich zu Deutschland im Bundestag liegt die Quote gerade bei 31% Frauen. Also, in beiden Fällen sind wir noch weit davon entfernt, dass Männer und Frauen gleichgestellt sind, was den Anteil der Abgeordneten im nationalen Parlament bedeutet. Wir sehen also, Atatürk und seine Regierung, die waren darauf ausgerichtet, ein neues Frauenbild in der Türkei einzurichten. Und zwar ein modernes, gebildetes und vor allem westlich orientiertes Frauenbild. Die Frau sollte so die Mutter der Neuen, der jungen Nationen werden. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass es diesen von oben verordneten Feminismus gab, diesen Staatsfeminismus. Und der beinhaltete übrigens auch, dass das Kopftuch, worüber hier in Deutschland sehr unselig die ganze Zeit diskutiert wird, dass das Kopftuch nicht komplett verboten wurde, aber es wurde so zum Feindbild erklärt. Als rückständig, als anti-aufklärerisch, als anti-westlich. Und man hat es zumindest aus Schulen, Universitäten und öffentlichen Ämtern verbannt. Also es wurde nicht komplett verboten, aber propagandistisch wurde schon ziemlich gegen das Kopftuch geschossen. Atatürk selbst hat übrigens mehrere Kinder adoptiert, darunter auch ein Mädchen. Sie heißt Sabiha Gökçen und sie wurde die erste Kampfpilotin der Weltgeschichte. In keinem anderen Land hat eine Frau vorher als Kampfpilotin an Kampfeinsätzen teilgenommen. Und sie wurde so zu einem Vorbild für die ganze Generation oder ganze Generationen von türkischen Frauen. Was ja noch Jahrzehnte vorher oder Jahre vorher undenkbar wäre, dass eine Frau in Uniform zum Militär geht und dann sogar noch Kampfpilotin wird. Heute ist ein Flughafen in Istanbul nach ihr benannt und sie ist immer noch eine sehr berühmte Persönlichkeit. In der Luftfahrtgeschichte und in der Türkei. Sie ist umstritten, das muss ich dazu sagen, da sie als Kampfpilotin an der Niederschlagung des Dersim-Aufstandes teilgenommen hat. Und dieser Aufstand, da werde ich nochmal ein eigenes Video drüber machen, der war sehr, sehr brutal. Gekennzeichnet von Kriegsverbrechen und es sind tausende Menschen dabei gestorben. Und sie hat eben als Kampfpilotin daran teilgenommen. Deswegen wäre es jetzt falsch, nur so die positiven und fortschrittlichen Aspekte hier zu nennen, sondern ich möchte die ganze Geschichte abbilden. Und das ist eben ein Teil davon. Insgesamt kann man sagen, dass diese Reformen, die von Atatürk angestoßen wurden, die Frauen in der Türkei sehr viel sichtbarer gemacht haben als in anderen Ländern des Nahen Ostens. Sie kamen mehr in der Presse vor, sie wurden öffentlicher, sie hatten Perspektive auf Bildung und auf Teilhabe. Aber was dieser Staatsfeminismus auch mit sich gebracht hat, ist, dass es immer weniger Möglichkeiten gab, unabhängige Frauenbewegungen zu haben, weil natürlich alles von oben aufoktroyiert wurde und es nicht von unten kam wie in westlichen Ländern, wo das Ganze gegen den Staat durchgesetzt wurde und sich deswegen unabhängig vom Staat entwickeln konnte. In der Türkei war es andersrum, da kam es vom Staat aus. Und unabhängige autonome Frauengruppen, die haben sich dann erst später so zusammengetan, so in den 70ern und die waren meistens eher linksorientiert und städtisch, also im städtischen, auch gebildeten Umfeld. Das muss man nämlich auch dazu sagen, diese ganzen Bemühungen und sowas und diese ganzen Reformen, dass Frauen mehr studieren, dass Frauen sichtbarer sind, mehr Rechte haben und so weiter, die im konkreten Leben haben die sich hauptsächlich auf das Leben in den großen Städten ausgewirkt, also Ankara und Istanbul, wie überall. Wenn man aufs Land rausfährt, da war das Ganze dann auch schon wieder anders ausgesehen. Also gerade in Ost-Anatolien war natürlich die Stellung der Frau durch ein paar Beschlüsse des Parlaments nicht auf einmal umgekrempelt und nicht ansatzweise so liberal wie in den gebildeten und wohlhabenden Zirkeln in Konstantinopel oder in Istanbul, wie es dann offiziell später hieß. Und das ist ein Phänomen, das ist jetzt nicht türkei-spezifisch, das hat man im Prinzip überall. Wenn man sich so Sachen anschaut, so Filme, Serien wie Babylon Berlin mit den Roaring Twenties und dass Frauen in Deutschland der 1920er zum ersten Mal selbstbewusster wurden und so, das mag stimmen für Großstädte wie Berlin, aber wenn man mal auf die Schwäbische Alb gefahren ist, 1925, da sah das auch ganz anders aus. Also das ist mir jetzt wichtig zu sagen, dass es jetzt kein Phänomen ist, dass es irgendwie in Ost-Anatolien anders ist als in Istanbul. Nein, diese Trennung zwischen Großstadt, Metropole und Peripherie und dem ländlichen Gebiet, das ist ein Phänomen, das man eigentlich in allen Gesellschaften weltweit hat. 1980 gab es dann einen Militärputsch. Also das Militär hat die Regierung abgesetzt und hat die politischen Parteien erst mal für illegal erklärt. Und das hat dann zu einem Schub auch in der Frauenbewegung geführt, weil die sich nun zunehmend trafen in Lesezirkeln, wo feministische Literatur besprochen wurde und wo reflektiert wurde und diskutiert wurde über die Stellung der Frau in der türkischen Gesellschaft. 1987 gab es eine große Demo in Istanbul gegen häusliche Gewalt. Und das war die erste offene demokratische Opposition seit dem Militärputsch. Also auch ein ganz, ganz großer Triumph für die Frauenbewegung, dass sie sich getraut haben, gegen den Einfluss des Militärs auch auf die Straße zu gehen und für ihre Rechte zu kämpfen, gegen häusliche Gewalt. Und das hatte auch Erfolg, denn im Jahre darauf, 1988, hat das Parlament dann auch ein Gesetz verabschiedet, dass häusliche Gewalt illegal wird. Die Frauenbewegung wuchs und wuchs. Es gründeten sich überall Frauengruppen. Es gab Dachverbände für die Frauengruppen. Es gab Frauenbibliotheken, wo sie geschützte Räume hatten, um sich weiter fortzubilden. Und 1993 wurde dann zum ersten Mal eine Frau Ministerpräsidentin in der Türkei, nämlich Tanzu Cilla. Und das ist auch interessant. Sie kam nicht aus irgendeiner linken Partei oder einer feministischen Partei, sondern aus einer konservativen Partei. Und das ist etwas, was man eigentlich oft sieht in Ländern, wo zum ersten Mal eine Frau Ministerpräsidentin oder Präsidentin oder sowas wird. Schauen wir uns Deutschland an. Die erste Bundeskanzlerin kam nicht von den Grünen oder von den Linken oder von der SPD, sondern aus der konservativen Partei der CDU. In Großbritannien, Margaret Thatcher war eine konservative und so weiter. Also oft das Phänomen, dass wenn eine Frau zum ersten Mal eine Stellung einnimmt, die sie noch nicht vorher hatte, dass sie oft eben aus der politischen Richtung kommt, die eigentlich eher als konservativ gilt. Die 1990er haben dann auch ganz deutlich gezeigt, wie vielfältig die Frauenbewegung und die Frauenrechtsbewegung in der Türkei geworden ist. Es gibt nicht nur diese eine Bewegung. Das ist so ein falscher Gedanke. Es ist kein monolithischer Block. Man hat natürlich so diese klassische Frauenbewegung aus den 70ern und 80ern, eher gebildete Mittel- und Oberschicht aus den Städten, hauptsächlich türkischstämmig. Aber man hat zum Beispiel auch die eher konservativ-islamisch geprägte Frauenbewegung. Und die kämpfte dann und kämpft immer noch dafür, für das Recht, Kopftuch zu tragen. Das, was eigentlich von Atatürk und der damaligen staatsfeministischen Doktrin abgeschafft wurde, das wollen sie heute wieder erkämpfen. Das Recht, als Frau selbst bestimmen zu können, ob sie in der Schule, in der Universität oder in öffentlichen Ämtern ein Kopftuch tragen. Also auch hier wieder ist es viel schichtiger als dieses Unterdrückung durch konservative Islamisten gegen aufgeklärte Frauenrechte. Hier kämpfen Frauen innerhalb der Frauenbewegung für das Recht, Kopftuch zu tragen, während andere Teile der Frauenbewegung genau dagegen kämpfen, weil sie eben das Kopftuch als patriarchales Unterdrückungsinstrument ansehen. Also es ist nicht einfach nur schwarz und weiß. Das ist besonders spannend. Zusätzlich dazu kam auch immer mehr die kurdische Frauenbewegung ins Licht der Öffentlichkeit, die nicht nur für Frauenrechte kämpften, sondern auch für kulturelle Selbstbestimmung, dass sie ihre Kultur, ihre Sprache selbst ausleben dürfen. Und ganz besonders bekannt wurden da die sogenannten Samstagsmütter. Das ist eine Gruppe von Frauen, hauptsächlich Kurdinnen, die sich in Istanbul trafen, regelmäßig. Und sie demonstrierten dafür, dass die Regierung aufklärt, was mit ihren Söhnen passiert ist, die während des Krieges zwischen der Türkei und der PKK im Osten des Landes gestorben oder verschwunden sind. Denn viele von denen wurden von türkischen Sicherheitskräften verhaftet und sind nie wieder aufgetaucht. Und sehr wahrscheinlich wurden sie gefoltert und oder getötet. Und ihre Leichen hat man nie gefunden. Sie wurden nie offiziell beerdigt oder zurückgegeben. Und um diese Schicksale aufzuklären. Darum haben sich diese Samstagsmütter getroffen und haben gegen die Regierung praktisch demonstriert. Und ob jetzt liberal oder links oder kurdisch oder islamisch, konservativ, die Frauenbewegung, die ist immer mehr im Kommen. Und sie verschafft sich auch immer mehr Gehör. Und es gab auch mehrere Triumphe in den letzten Jahren. Seit 2001 ist der Mann nicht mehr offiziell das Familienoberhaupt im türkischen Recht. Und 2004 wurde dann unter der AKP der Begriff oder das Konzept der Familienehre aus dem türkischen Recht gestrichen. Und Familienehre ist ein gutes Stichwort. Denn es gibt heute noch sehr viele Probleme, was Frauenrechte in der Türkei angeht. Unter anderem häusliche Gewalt und Ehrenmord. Und das sind zwei Dinge, die man voneinander trennen muss. Es gibt sehr viele Femizide. Das sind Morde an Frauen, hauptsächlich in Beziehungen. Die Zahl ist da nicht genau auszumachen. Es gibt eine Dunkelziffer. Aber die offiziellen Fälle von 2019 liegen bei 474 ermordeten Frauen. Hauptsächlich durch ihre Partner ermordet. Und wie gesagt, die Dunkelziffer dürfte da leider sehr viel höher liegen. Also an jedem Tag wird mehr als eine Frau wahrscheinlich meist von ihrem Partner in der Türkei ermordet. Und Ehrenmorde sind nochmal ein eigener Begriff. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Denn es heißt ja ganz oft so in den deutschen Medien, ja, wenn ein Deutscher seine Frau tötet, ist es ein Familiendrama. Wenn ein Muslim seine Frau tötet, dann ist es ein Ehrenmord. Das ist Quatsch. Das sind zwei verschiedene Konzepte. Ein Femizid im Sinne von einer Beziehungstat. Das basiert meistens auf Kränkungen, auf persönlichen Kränkungen des Mörders dann oder des Täters. Hier ist es oft der Fall, dass die Frauen selbstbestimmt leben wollen, dass sie eben ihre Freiheiten einfordern. Und dass der Mann noch ein patriarchales Denken hat und da verhaftet ist und auf diese Frustration, dass die Frau nicht tut, was er sagt, mit zum Teil tödlicher Gewalt reagiert. Ehrenmorde, das ist ein ganz anderes Prinzip dahinter. Da geht es nicht um persönliche Kränkungen, sondern um ein Konzept, ein kollektives Konzept der Ehre von einer Familie oder einem Clan oder einer größeren Gruppe auf jeden Fall. Und da ist der Mörder auch seltener der Ehepartner oder sowas. Es sind ganz oft Familienangehörige, also Verwandte. Also Brüder, Väter, Cousins und so weiter, die dann halt eben die Familienehre wiederherstellen wollen, indem sie die Frau bestrafen, die Frau töten, die aus irgendeinem Grund gegen diese Ehre verstoßen hat. Meistens aus irgendwelchen Fällen der sexuellen Selbstbestimmung. Und in beiden Fällen, bei diesen Beziehungstaten, wie bei den sogenannten Ehrenmorden, da spielen patriarchale Strukturen eine ganz, ganz große Rolle. Also diese Gedanken, dass Männer das Sagen haben, dass Männer über Frauen bestimmen können sollen. Und das hat sehr viel mehr damit zu tun, als zum Beispiel mit Religion. Das möchte ich auch, ist mir auch wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass das kein islamisches Phänomen ist. Es gibt diese Ehrenmorde auch in nicht-islamischen, nicht-muslimischen Familien, die patriarchale Strukturen haben. Es gibt Fälle von Ehrenmorden in jesidischen Familien, in christlichen Familien. Es gibt Ehrenmorde in Indien und so weiter. Also es hat in dem Fall nichts mit dem Islam zu tun oder irgendeiner islamischen Tradition. Es hat was mit patriarchalen Strukturen zu tun. Die können mit Religion verknüpft sein und das eine kann das andere stärken und so. Aber es ist per se nichts rein islamisches. Ihr seht also, der Kampf um Gleichberechtigung und um Gleichstellung in der Türkei ist noch nicht vorbei. Aber es gibt auch erfreuliche Zahlen. Denn gerade was Bildung angeht, und das ist sehr, sehr wichtig, wie ich ja gesagt habe, da steht die Türkei relativ gut da, was Bildung für Frauen angeht, zumindest in einigen Bereichen. Wenn wir uns anschauen, den Anteil der Professorenen an Hochschulen in der Türkei, der liegt bei 40 Prozent. Das ist deutlich höher als etwa in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz. Fast jede zweite Professorenstelle ist also von einer Frau besetzt. Genauso sind ein Viertel aller zugelassenen Anwälte Frauen. 28 Prozent aller Ärzte sind Frauen und 15 Prozent der Richter. Auch das sind wieder Zahlen, die zum Teil deutlich höher sind als in manchen westeuropäischen Ländern. Und das sind Dinge, die ja eigentlich ein bisschen Grund zur Hoffnung geben. Gleichzeitig ist der Anteil der Analphabeten bei Frauen sehr viel höher als bei Männern. Und gerade wenn man aufs Land rausgeht, auch da sind dann die Bildungschancen oder die Chancen für Frauen, selbstständig zu arbeiten in einem offiziellen Beruf sehr viel geringer als in den Städten. Also fassen wir zusammen. Das Thema Frauenrechte in der Türkei ist so alt wie die moderne Türkei selbst. Seit der Zeit von Atatürk ist ein Spannungsverhältnis zwischen Traditionen und patriarchalen Strukturen auf der einen Seite und Selbstbestimmung und Freiheit des Individuums für die Frau auf der anderen Seite. Und dieser Kampf ist noch nicht entschieden. Dieser Kampf geht immer weiter. Und es gibt sehr, sehr viele mutige Frauen in der Türkei, die diesen Kampf weiterführen. Ob sie jetzt liberal sind, ob sie konservativ sind, islamisch, kurdisch, links, spielt keine Rolle. Frauen in der Türkei kämpfen nach wie vor jeden Tag für ihre Rechte. Und ich hoffe, mit diesem Video konnte ich ein bisschen darauf aufmerksam machen und ihr habt wieder ein bisschen was gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, was für Ideen, was für Videos ihr als nächstes gerne sehen würdet. Und natürlich würde es mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Also, wir sehen uns im nächsten Video.